Entschuldigung, ich bin in deinem Weg. Bitte, ich bin in deinem Weg. Sie brach zum Tower of London auf, in der Hoffnung, dort das Tuch zu finden. Nach einer letzten Konfrontation mit Lucy Thorn erlangte sie einen mysteriösen Schlüssel zurück. Doch vom Tuch fehlt noch immer jede Spur. Das ist ein Eden-Tuch, was wir suchen. Das sind ja diese von dem alten... von dem antiken Imperium. Von dem antiken Imperium, auch nicht schlecht. Aber halt von dem alten halt, ne? Ich krieg schon wieder Hunger. Dabei hab ich schon was gegessen. Naja, eigentlich auch nicht wirklich. Ein Fischbrötchen. Und ein Haufen Lebkuchen. Dann gibt's halt noch... Mittagessen. Um Mitternacht. Warum nicht? Ich bin auf dem besten Weg, meinen Biorhythmus kaputt zu schießen. Gerüchte über gefälschte Wandfloten in Folge von Banschie. Alle Eingänge finden... Nein! Oh, scheiße. Ist das anstrengend, hier runter zu kommen. Pass lieber! Ja, ich passe lieber, das stimmt. Geht's dir gut? Ne. Zu spät. Gab auch gar keinen Bonus dafür. Die Leibwache. Die Leibwache. Die Leibwache. Hallo. Jacob wird den Premierminister vor der Gefahr für sein Leben wahren und zur Identifikation des uniformierten Mannes namens B befragen. Soviel zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Ein Weg zu der Kutsche. Disrailius-Kutsche infiltrieren. Sperr. Gebiet. Betreten. So, runter. Und... Über da. Über da. Was soll ich lang? Hinkommen? Hoi. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter. Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden... Wo kommen die her? Denk um heute! Ein besseres Schussfeld. Warte mal, ich kann nicht so richtig steuern. Lass die, worauf wir gemacht sein! Oh! 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 Obzengel ihn! Oh! 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 Das hättest du nicht sachen sollen! Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß! Ich wollte gerade noch was sagen. Also, was hat das? Nicht so schnell, eure Exzellenz! Ey! Oh shit! Komm sofort zurück mit dem Premierminister! Hilfe! Hilfe! Oh! Scheiße! Hier bin ich! Ups! Ähm... Ich darf den ja nicht zerstören. Das hab ich gerade nicht... ...gemerkt. Habt ihr nicht gesehen? Ui! Sofort zurück mit dem Premierminister! Boah! Oh, auf einmal stehen überall Wagen. Du Arschloch. Mann, bist du scheiße. Hat der mich auch noch eingekeilt? Ich glaub's ja nicht. Wo ist denn der hin? Jetzt hab ich ihn verloren. Oh, ihr seid scheiße. Oh Mann, jetzt ist er auch noch hinter mir. Wo? Jesus Christ. Sind alle wohl auf? Ihr schein' ich es unversehrt überstanden zu haben. Das verdanken wir Ihnen, Mr. Phrall. Das war Letzte und darauf verweckle ich mein Leben. Das passt perfekt zu seinem ausgesprochenen Mangel an Charakter. Zeigen Sie sich, Letzte und... Zeigen Sie sich, Sie verkommene Dreckschleuder! Oh, jetzt verfolgen wir auch noch die Polizei, ey. Jesus. Ne, bitte fahren. Bitte fahren. Oh Mann, hab ich's geschafft? Ich geh mal von Ja aus. Die müssen bestimmt irgendwo hin, oder? Spannend. Glatstone, fahr zur Hölle! Du Hundesohn! Vielen Dank. Was wollen Sie gegen Glatstone unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madam Gladstone hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Glatstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madam. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart. Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll. Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden, helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung. Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht. Kommen Sie hierher zur Downing Street morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry. Ich würde weniger als eine Minute hinführen. Das soll gehen? Ja, gut, wenn man es geschickt macht. Ah, Mist, jetzt habe ich sie nicht bewertet. Ich gebe 5 Sterne. War lustig. Nicht aus, als wären Sie aus der Tümpse gekrochen. Wir werden gleich Ruck sterben. Boah. Ich hole dich um. Ach, die zusammen, Mann. Mause tot. Auf Nimmerwiedersehen. Der muss so schnell nicht wieder auf. All right, Dennis, Sir. So. Nur aber. Lass uns doch mal Munition kaufen. Die letzte habe ich nämlich gerade alles verschossen. Mörder. Mörder? Wo? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Kommen Sie. Sehen Sie. Sehr gut. So. Dann gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Die nehmen wir mal eben. Die sind so hier direkt nebenan. Das ist ja schnell gemacht. Mrs. Disraelis Chauffeur. Mary Ann. Aber gucken wir, die haben eine Taschenratte. Mary Ann Disraeli möchte sich Devils... Devils Acre? Acre? Ansehen. Und benötigt die Hilfe ihres neuen Leibwächters Jacob. Jacob ist also Leibwächter jetzt. Wurde wohl befördert. Madame? Mr. Fry. Bereit für unseren Ausflug? Devils Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unsere Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines Soh. Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja. Aber seien Sie nett. Bitte. Die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen Sie geht. Hahaha. Ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krünen. Psst, Desmond. Siehste, Jacob, ich hätte es von vornherein gelassen, den anzufassen. Die Reporter mit den Zeitungsmädchen ablenken. Mit dem Zeitungsmädchen? Ach. Okay. Ich gehöre nur so vorbei. Geräte benutzen, um Reporter... Was für Geräte? Zeitungsmädchen werden jetzt als Gerät bezeichnet, oder? Hm. Ich sorge für Ablenkung. Reicht das? Ich glaube, das ist nicht gewollt. Das war richtig. Cool. Ich habe gerade nicht auf den Bildschirm geguckt. Gut so, Mädchen. Langsamer. Mit den Liberalen? Nee, danke. Falsche Kutsche, aber ich nehme sie auch. Nee, danke. Eher ess ich schuhe, um mit den Liberalen zu reden. Da, in der Kutsche. Die Frau des Premierministers. Man darf mich unter keinen Umständen hier sehen, Mr. Fry. Okay. Das war auch knapp. Aufschönen, Walter. Mö, mö, alt Transport. Oh, Paparazzis, ey. Das sind die lieben Ass geiern, aus. Nicht so schnell. Ich habe schon einen Platten vorne. Ich habe schon einen Platten vorne. Sachte. Ist mit Ihrem Hund alles in Ordnung? Oh, Desmond geht es gut. Er mag bloß Fremde nicht allzu gerne. Oder Katzen. Ich trau gar keinem Hund. Desmond? Nein, böser Hund. Wussten Sie, dass dieser Gentleman ein, ähm, wie war das ja, äh, fliegender Händler nannte er sich? Oh, bemerkenswert, wie die Arbeiterklasse sich zu helfen weiß. Sehr geschäftsüchtig, ganz sicher. Ja, sollen wir gehen? Und da sagt der VK, tut mir leid, Bischof, ich dachte, das war die Eucharistie. Nein, tut mir leid. Ich verstehe leider überhaupt nicht, wovon Sie reden. Mrs. Disraeli? Ist alles in Ordnung? Was macht die denn? Ja, ich habe gerade gelernt zu pfeifen. Na, das ist ein Synchronisationstalent. Oh, Mr. Frye. Ich glaube, der Mann ist betrunken. Da haben Sie wohl recht. Ich war doch gerade fast da. Und dann müsst ihr mir das versauen. Das ist ein Kind. Das ist vielleicht, wo wir das versauen. Oh, die Skordarm ist weg. Wow! Scheißbleit das ey. Ich dachte, ich höre dich alle ausgerottet. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Äußerst galant, Mr. Fry. Bitte, sollen wir weiter... Oh, Mr. Fry. Ich glaube, der Mann ist betrunken. Da haben Sie wohl recht, Madame. Ich frage ihn, was er trinkt. Vielleicht dürfte ich lieber etwas anderes vorschlagen. Bitte, bitte, lass mich leben. Someone kommt schnell. Oh, Mr. Fry, sehen Sie die beiden da? Ähm, ja, die erscheinen sich, ähm... Ich war zweimal verheiratet, Mr. Fry. Ich weiß nur zu gut, was die beiden tun. Gott segne Sie. Genau. Was für eine Art Fleischverkauf dieser Mann? Fragen Sie besser nicht. Warum? Ist das etwas Verdorbenes? Oh, ist das Hatte? Ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner Begleitung. Aber man nennt es auch... Wow-Wau-Geschnetzeltes. Da wären wir. Der alte One... Also das ist ein Paint, nicht wahr? Oh, äh... Ja, ist ja gut. Ich laufe hinterher. Oh, äh... Wow-Wau-Wau-Fleisch. Die Bleiters müssen Chinesen sein. Verliert es auch. Wie sie Desmond eingebaut haben. Desmond aus Assassin's Creed 3. Da ist er also geblieben. Hoch. Nicht? Oh! 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 Nun, ich muss Ihnen für einen höchst aufregenden und aufschlussreichen Abend fangen, Mr. Troll. Nein, ich danke Ihnen, Madam. Vielleicht erzählen Sie mir nun von dem Mann in der Husarenuniform. Richtig. Lord Cardigan ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immer zu prallter mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das will ich meinen. Er ist in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of Westminster. Aber passen Sie auf, was die Regierung am wenigsten braucht, ist ein weiterer Skandal. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Genau, wir sind äußerst diskret. Weiter Mädchen, mach langsam. Schade! Schade! Ihre Station, Madam. Meine Station? Das ist köstlich! Vielen Dank! Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Pfei. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben. Kein Bonus für mich. Ja, keine Ahnung, wie ich das mit dem Zeitungs-Mail machen musste. Keine Ahnung. Pff, startet ja nix. Mir fehlen fast nicht einen, wie man sie nutzen kann dafür. Ja, ich würde 4 nach 3,5 geben eigentlich. Dann machen wir 4. Gut. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Danke fürs Zusehen.